Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich dachte, Insekten machen dir Angst. Wenn ich alles geschafft habe, will Chancey mir was zeigen. Den Ort, wo er herkommt. Etwas, das weh tut. Alice! Verbringst du viel Zeit mit deinem neuen Freund? Er wollte, dass du dir selbst wehtust. Das war Teil des Spiels. Würde ein guter Freund so ein Spiel spielen wollen? Vielleicht sollte ich nicht mehr mit dir spielen, Chancey. Vielleicht sollten wir keine Freunde sein. Nein, 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 nein. Alice! Sie ist verschwunden. Aber wir werden sie finden. In jeder Kultur gibt es Wesen, die Kinder vereinnahmen. Wir nennen sie imaginäre Freunde. Du hast immer mit deinem imaginären Freund gespielt. Wird ihre Verbindung getrennt, bricht das Wesen in blinde Wut aus. Er sagt, er steht genau hinter dir. Kann ich auch mit deinem imaginären Freund abhängen? Er ist nicht imaginär. Und er ist nicht dein Freund. Untertitelung des ZDF, 2020